Die 125.000 Euro Frage, sind sie soweit? Okay, let's go! Gut, was bedeutet auf Spanisch Sumo de Naranja? Orangensaft! Moment, Sie haben noch gar nicht die Antwortmöglichkeiten gesehen. Frag mich, was für Saft? Äh, bitte? Einfach Orangensaft. Äh, gut, ja, das ist korrekt! Wow, dann zur 500.000 Euro Frage. Ja, boin! Welcher Formel 1 Fahrer ist der einzige mit 5 Weltmeisterschaftstätten in Folge? Michi! Ja, Michael Schumacher ist richtig, das sind 500.000 Euro für Sie! Ja, hör mal! Okay, die 1-Millionen-Euro-Frage. Am 28. August 1963 hielt Martin Luther King eine Rede für die Ewigkeit in Washington. Wie lautet sein in die Geschichtsbücher eingehendes Zitat? Oh, Sie gucken sehr sicher, wissen Sie das auch? Dann bitte. Kramplätze müssen verdichtet sein. Oh nein, das ist leider falsch. Damit fallen Sie auf 500 Euro. Nein, Spende bitte! Äh, nee, das können wir leider nicht machen. Nein, Spende!